Hallo, mein Name ist Maria Müller. Als Floristin bin ich im elterlichen Betrieb tätig. Seit zehn Jahren engagiere ich mich in der Kreislandjugend Main-Koblenz und im November letzten Jahres wurde ich zur Landesvorsitzenden der Landjugend Rheinland-Nassau gewählt. Mit rund 1.100 Mitgliedern sind wir ein großer Jugendverband im ländlichen Raum. Gemeinsam machen wir uns für unsere Interessen stark und gestalten unsere Zukunft auf dem Land. In vielen gemeinsamen Aktionen lernen wir uns und die anderen Mitglieder besser kennen. Man kommt viel rum, erlebt eine Menge Dinge und hat viel Spaß gemeinsam.